Hallo, ich bin Denise. Ich mache die Lehre als Polymechaniker bei der Heusler AG. Ich nehme dich jetzt mit und zeige dir, was ein Polymechaniker in seinem Alltag so macht. Die Heusler AG ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen. Wir stellen Biegenmaschinen in eine mögliche Größe. Als Polymechaniker drehen, fräsen, bohren und montieren. Und alles hauptsächlich auf der CNC-Maschine. Mir gefällt der Beruf Polymechaniker sehr gut, dass man sehr viel Technisches lernt, sehr viel Mechanisches. Es ist auch ein sehr abwechslungsreicher Job und man macht nicht immer das Gleiche. Das Tolle bei der Heusler ist, dass man um grosse Maschinen arbeiten kann und auch schon sehr schnell Verantwortung übernehmen kann. Man kann mit vielen verschiedenen Materialien arbeiten, wie Stahl oder Messing. Man hat einfach ein super tolles Team, wo man immer fragen kann, wenn man Hilfe braucht. Als Polymechaniker solltest du Handwerkliches Geschick mitbringen, Interesse mit Metall zu arbeiten. Und du solltest intim arbeiten, aber auch allein. Ich hoffe, ich habe dein Interesse weggegeben können. Wenn ja, dann bewirb dich doch jetzt bei der Heusler AG. Denn mit uns kannst du Grosses erschaffen. Musik 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 Vielen Dank.